Ein Hackathon könnte nicht stattfinden ohne die Teilnehmenden. Beim Formulieren der Challenges hattet ihr sicher schon eure Zielgruppe vor Augen. Wer soll zu eurem Hackathon kommen? Wer fühlt sich vom Thema und von der Präsentation angesprochen? Nicht alle lassen sich alleine durchs Thema ködern. Überlegt euch auch genau, mit welchen Preisen ihr eure Zielgruppen anlocken könnt. Kontaktiert ein paar Monate vor dem Hackathon dafür potenzielle Sponsoren und Sponsorinnen. Ganz wichtig, mit welchem Vorwissen kommen die Teilnehmenden. Je nachdem müsst ihr ihnen vorab vielleicht noch Informationsmaterial zum Thema des Hackathons bereitstellen. In unserem Fall wurden auf einer eigens eingerichteten Website sowie auf einem Discord-Server Informationen zu digitaler Barrierefreiheit bereitgestellt. Gerade bei einem Hackathon zu Barrierefreiheit nicht zu vergessen, nehmt auf alle Teilnehmenden Rücksicht und fragt im Vorhinein ab, ob es besondere Bedürfnisse von Seiten der Teilnehmenden gibt. Das kann ein barrierefreier Zugang zur Location sein oder zum Beispiel veganes Catering. Eine ganze Veranstaltung kann man schlecht alleine durchführen. Organisiert euch zumindest für den Tag des Hackathons, aber vielleicht auch schon für die Tage davor weitere Helferlein. Kümmert euch rechtzeitig um Personen, die in der Jury sitzen und die Lösungen am Ende bewerten. Um Peers, um Mentoren, Mentorinnen, die den Teilnehmenden fachlich zur Seite stehen, Keynote-Speaker und Speakerinnen oder andere wichtige Personen, die eine Ansprache halten möchten. Eine Moderation, Personal für den technischen Support und vielleicht noch Personen für ein Rahmenprogramm, wie zum Beispiel eine Musikgruppe. Überlegt euch frühzeitig, was in eurer Location, euren Zeitplan und natürlich euren finanziellen Rahmen passt. Unsere Jurymitglieder und unsere Peers kamen aus dem Bereich Barrierefreiheit, Inklusion oder Mediendidaktik. Manche davon haben vor Ort teilgenommen, manche aber auch online.